Hey Leute, Rechnungen, noch mehr Rechnungen, wieder eine Rechnung. Was? Ein Abonnentenformular für das High Times Magazine? Du bist erst seit zwei Tagen hier, wir haben die dich gefunden. Das ist so eine kosmische Sache. Ach übrigens, ich hab Dad in eine meiner Malertruppen gesteckt. Hey, das ist gut. Ja, aber ich mach das nur so lange, bis ich genug Geld für meine Autorepartur habe. Oh, was muss denn am Van gemacht werden? Ach, nur das Übliche, weißt du, die müssen das Schwarzlicht. Neu verkabeln, die Verzierung erweitern und der Himmel muss schamponiert werden. Naja, Dad, ich bin ja kein Profi, aber vielleicht solltest du dir ein Van kaufen, bei dem alle vier Reifen gleich groß sind. Ah, sieh an, ein Brief von der Schule mit den Zensuren meiner Kinder, na dann los. Louise Brooks, alles nur eins und das ist mein Mädchen. Bis ein Bluttest das Gegenteil beweist. Weiter geht's. Tommy Brooks, eins, zwei plus, eins, drei Minus. Drei Minus im Sport? Und? Wie geht das? Hat er Filzlatschen auf dem Holzfußboden getragen? Hast du mal seinen Rucksack überprüfen lassen auf Drogen? Tommy hat keine Drogen in seinem Rucksack, Dad. Hm, was denkst du denn, wo er sie versteckt? Ich verstehe das nicht, Tommy. Tommy ist mein Sohn. Er ist ein Brooks. Wir kommen aus einer traditionell sportlichen Familie. Beginnend mit meiner Generation natürlich. Ich hab Football gespielt, bin Ringer gewesen, bin gelaufen. Ich hatte sogar ein Testspiel bei den Dodgers. Oh, hey, es ist drei Uhr Zeit für Gary, sein Testspiel bei den Dodgers zu erwähnen. Und fertig. So, das wär's. Danke. Fühlt sich gut an. Wie sehe ich aus? Du siehst gut aus. Vorne Kojak, hinten Kenny G. So wie du's magst. Ich muss los. Mein Freund holt mich ab. Dein Freund? Du hast jemand Neues? Ja, aber versuch erst gar nicht, nach ihm zu fragen. Sie rückt nichts raus über den Kerl. Nicht die kleinste Information. Aber ich weiß, er spielt nicht in meiner Liga. Du weißt, meine Liga ist das Dodgers-Stadion, wo ich schon mal ein Testspiel hatte. Ja, ja. Na komm, erzähl uns was. Wo kommt er her? Ähm, er kommt aus Kanada. Ah! Oh, seht mich an. Ich bin Kanadier. Mann, ich bin so gebildet. Ich kann sogar auf Französisch fluchen, hä? Und er ist ein echter Profisportler. Uh, seht mich an. Hey, darum geht's bei mir. Ich bin ein Profisportler. Wow, wow, warte mal. Du treffst dich mit einem Profisportler? Welcher Sport? Gib mir einen Tipp. Er ist schwul? Er ist ein Basketballspieler. Mach's gut, Jack. Wiedersehen. Ihr Neuer ist ein schwuler kanadischer Basketballspieler? Also, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass du ein Testspiel bei den Dodgers hattest. Das war bestimmt in dem Jahr, in dem du dich entschlossen hast, Bigfoot zu finden. Nein, das war das Jahr, in dem der Stinker das persönlich nahm. Luis, weißt du, wo die Fliegenklatsche ist? Nein. Und Mom, eine Fliege ist eine lebende, atmende Kreatur. Ja, und deshalb brauche ich eine Fliegenklatsche. Wenn sie tot wäre, bräuchte ich nur ein Taschentuch. Ah, da ist sie. Hey, Luis. Bist du so weit? Ja, bleib ich hier, werde ich Zeuge eines Mordes. Süße, hast du dir schon mal überlegt, wie viele Fliegen an meiner Windschutzscheibe sterben, wenn wir zum Recyclingcenter fahren? Das ist ein klassisches, destruktives Dilemma, Dad. Sollen wir das so handhaben? Ich sag was Cleveres und du sagst was, das ich nicht verstehe? Warte im Auto, Schlaumeier. Wo ist Tom? Äh, der ist bei Walter. Wird jede Minute... Och, die macht mich verrückt. Ich krieg sie einfach nicht. Wieso tust du nicht das Übliche? Hör auf, sie wahrzunehmen, lass sie dich nicht mehr berühren, dadurch zerschmetterst du ihre kleine Seele, bis sie den Willen zu leben verliert. Hey, also, hast du Tommys Noten gesehen? Oh ja, hab ich. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist in den naturwissenschaftlichen Fächern so gut. Und danke, dass du in diesem Schuljahr nicht versucht hast, ihm zu helfen. Na toll. Er ist überall gut, außer im Sportunterricht. Ich meine, wie bekommt man eine 3- im Sport? Wir hatten einen Schüler auf der Highschool, der hat im Sportunterricht geraucht. Der hatte eine 2+. Ich weiß, das ist nicht akzeptabel, aber von all seinen Fächern mache ich mir eigentlich um Sport die wenigsten Sorgen. Warte. Wow, wow, okay. Ganz ruhig. Oh, hi, wie war eure Wanderung? Fabelhaft. Ja? Wartet, ihr wart wandern? Ja, ich hab Tommi die urbane Natur der Nachbarschaft gezeigt. Oh, das muss faszinierend sein. Ich wette, wenn man früh aufsteht und ganz leise ist, kann man sich an den scheuen Mann heranschleichen, der die Pizza-Coupons in unseren Briefkasten wirft. Eigentlich fand ich es cool. Dr. K. weiß alles Mögliche. Es gibt in unserer Nachbarschaft Stellen, wo man essbare Pflanzen und Tiere finden kann. Ja, man nennt sie Restaurants und Salatbars. Hab ich recht? Ja, ich glaub schon. Aber du kannst auch Nährstoffe aus Tandern und Eicheln gewinnen. Aber der Witz mit der Salatbar war gut. Salatbar? Hör auf, nicht aus Mitleid lachen. Geh ins Auto. Danke, Dr. K. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss jetzt gehen. Ich bekomme heute ein neues Telefon. Oh, das muss spannend sein. Vielleicht können Sie Ihre alte Nummer behalten. Neun. Aha, eine neue Spitze über mein Alter. Sagen Sie mal, Gary, als Sie sich damals auf dem College einschreiben wollten, haben Sie auch versucht, das mit dem Pinsel zu bewerkstelligen? Jetzt weiß ich, warum Tommi eine 3- im Sport hat. Das war wegen Crandall. Wovon sprichst du? Denk doch mal nach. Wenn er zu mir kommt, sind wir zwei Kerle, die abhängen, klar? Aber wenn er zu dir kommt, sind da drei Frauen. Louise, du und Crandall. Willst du damit andeuten, Walter ist ein unzureichendes männliches Vorbild? Nein, ich will damit andeuten, dass Walter unzureichend männlich ist. Tja, er ist immerhin männlich genug, um ein breites Lächeln auf mein Gesicht zu zaubern. Das ist widerlich. Und beim Sex hat er nicht einmal gesagt, hast du was dagegen, wenn du allein weitermachst? Ich hol mir mal ein Bier. Um fair zu sein, als ich wiederkam, hattest du auch schon kein Interesse mehr an dir selbst. Ich habe ein Kapal-Tunnel-Syndrom. Hör zu, was immer du auch von ihm denkst, er geht super mit Tom um. Er geht super mit Tom um? Wovon sprichst du überhaupt? Ein 14-jähriger Junge streift durchs Viertel und futtert Gräser aus Nachbars Garten? Oh, oh, hast du sie? Na klar. Durch Fähigkeiten, die ich im Sportunterricht gelernt habe. Ach, Sie haben dir Fliegenfangen beigebracht? Nein, Sie haben uns in Hand-Augen-Koordination unterrichtet. Gut, also was ich mache, wenn ich Tom habe, ist, ich werde ein bisschen Männlichkeit in sein Leben bringen und ein bisschen Krändlichkeit entfernen. Okay. Gib mir die Fliegenklatsche. Ja. Gut. Und nun? Na los, hau ab, Kumpel. Was tust du da? Ah, das hat Spaß gemacht. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Drei Stunden Rennen, Springen und Frisbees fangen. Versteh mich nicht falsch, aber vielleicht brauchst du ein Welpen. Du hast heute eine wertvolle Lektion gelernt, mein Sohn. Man kann in den Park gehen, Football spielen, Baseball spielen, Basketball spielen. Aber sobald ein Mann und sein Sohn auf dem Rasen ringen, rufen andere Menschen die Polizei. Ich glaube, wir waren einfach nur im falschen Teil des Parks. Ich habe morgen für uns was Männliches geplant. Was? Männlicher als seinen Kopf in einer Beinzange eingequetscht zu kriegen? Ich habe dir doch gesagt, wenn das passiert, ruf einfach um Hilfe, wenn dich das stimmt. Ich konnte dich ja nicht hören. Deine Schenkel waren auf mein Ohr gepresst. Hör zu, morgen Paintball. Komm schon, das müssen wir beide machen. Das wird super. Du, ich, Grandpa, Jack und Dennis und wenn du willst, kannst du noch einen Freund mitnehmen, Großer. Ich weiß nicht. Können wir nicht einfach wandern gehen? Die Wildblumen blühen. Na ja, ich muss mit dir über deine Zensuren reden. Ich meine, die sind richtig gut, aber eine 3- im Sport, ich finde das nicht cool. Ich meine, wir sind Brooks-Männer. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Ja, ich weiß. Ich, äh, ich vergesse nur dauernd meinen Turmbeutel. Ist ja nicht schlimm. Stimmt. Du weißt ja, dass du mit mir über alles reden kannst, wenn du willst. Ja, aber natürlich. Gut. Willst du über was reden? Nein. Sicher? Ich meine, ich kann dir wirklich helfen. Schule, Mädchen, Sportunterricht. Ich bin Experte für alles, mit der Ausnahme von Schule und Mädchen. Es, es gibt nichts, worüber ich reden muss. Okay, ich gehe jetzt unter die Dusche. Gut, hab dich lieb. Weißt du, damals in der Schule war der Sportunterricht mein Lieblingsfach. Das hat einfach Spaß gemacht. Das war eine Unterbrechung vom Schulalltag. Da konnte man sich auspowern, du konntest rennen, Blödsinn machen, die anderen ärgern. Das Beste war dämlich quatschen im Umkleiderraum, nach dem Unterricht. Das hat immer Spaß gemacht, weißt du? Hey, Tommy, aufgepasst! Oh, nein! Oh, Tommy, ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Wofür zur Hölle war das denn? Ja, ich habe Hölle gesagt. Oh, mein Sohn, es tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Wolltest du was? Nicht ein Handtuch zusammenrollen, warten, bis meine Hose unten ist und mir dann ins Gehänge peitschen? Tommy, ich sagte aufpassen. Und dann habe ich mich umgedreht. Aber aufgepasst heißt doch nicht umdrehen. Aufgepasst heißt sich ducken. Das weiß doch jeder. Ja, das möchte ich bezweifeln. Oh, Kleiner. Hey, Allison. Paintball beginnt in der Stunde. Wo ist Private Tom? Private Tom kühlt sein Privateigentum. Gary, hast du ihn wirklich mit dem Handtuch geschlagen? Was willst du als nächstes machen? Seifenstücke in einen Kopfkissenbezug packen und ihn in seinem Bett verbrögeln? Ist gut, ich fühle mich schon schlecht genug, deshalb glaub mir, muss nicht noch drauf rumhaken. Es war nur ein kleines Umkleidekabinenspiel. Ich habe nur aufgepasst gesagt. Das ist alles. Ach, das heißt dann, es war seine Schuld. Seine kleinen Dinger sind in die Flugbahn deines Handtuchs gehopst. Na ja, irgendwie schon. Man weiß doch, dass aufgepasst wegdrehen heißt. Und nicht hindrehen. Aufgepasst bedeutet, dass ein Puck, ein Ball oder vielleicht ein Handtuch zu dir unterwegs ist. Okay, ich habe gehofft, dass wir beide einen Gentleman groß sehen und keinen Pluto aus Animal House. Pluto? Wie auch immer. Na bitte, und genau das ist wichtig. Das ist das, was er bei dir nicht lernt oder auf seinen Spaziergängen mit Crocodile Crandall. Ja. Ich werde dir was sagen. Es war gut, dass Walter hier war. Tom war die Sache so peinlich, dass er nicht mit mir, sondern mit einem anderen Mann reden wollte. Moment, warte mal. Mein Sohn wollte mit Crandall darüber reden? Warum wollte er nicht mit mir darüber reden? Ich meine, ich bin sein Vater. Ich bin der Mann. Ja, der Mann, der schuld ist, dass mein Sohn mit einem Beutel gefrorener Erbsen auf dem Bett liegt und sich vor Schmerzen krümmt. Tom, dein Vater ist hier. Bring die Erbsen mit. Ich will was zu essen machen. Hi. Hi. Wie geht's deinen Kameraden? Verletzt und verärgert und nicht mehr so vertrauensselig wie früher. Bitte entschuldige. Es tut mir so leid, mein Sohn, aber sei ein Mann und spiel trotz Verletzung mit. Hast du einen Freund, der mitspielen will? Hallo, Gary. Was soll denn das, Crandall? Tom hat mich eingeladen, mitzumachen. Nein, nein, Tommy. Ich hab gesagt, du sollst deinen Freund mitbringen, oder? Dr. K. ist mein Freund. Nein, ich dachte eher an einen Schulfreund wie Brian und Glenn und nicht an einen Freund, der unter der Dusche einen Stuhl braucht. Dad, Dr. K. weiß alles über Krieg und historische Schlachten. Aber hier geht's um Paintball. Du hast eine Flagge, die du verteidigen musst und du musst versuchen, die Flagge der anderen zu erobern. Da braucht man doch nichts über Schlachten zu wissen. Hey, da klingt jemand wie die Franzosen bei der Schlacht von Azan-Kur. Äh, Tom, was wünschst du dir zum St. Crispians-Tag? Ich sag dir, was ich nicht will. Eine schwere französische Rüstung im Orasten. Geht ins Auto. Alles klar, kommt schon, gehen wir. Bringt ihn her. Los, schleift ihn her, Leute. Kommt schon, Beeilung, Beeilung. Wir haben ein paar Minuten, bis sie nachgeladen haben und dann werden sie auf uns einstürmen mit allem, was geht. Okay, wir haben bukoböse Jungs da drüben an der Baumgrenze. Vielleicht hörst du bitte auf, so zu reden. Du machst uns noch alle wahnsinnig. Danny sieht ganz schön übel aus, Dad. Ach, komm schon, Dennis. Steh auf. Ich hab Schmerzen. Na klar hast du die. Du hast zum Frühstück drei Sandwiches an der Tankstelle gegessen. Wenn irgendwas aus meinem Magen rausbricht, tötet es. Tommy, was ist los mit dir? Du bist unser Point Guard. Du solltest da drüben die Bösen wegballern. Du hast nicht einmal abgedrückt. Ja, ich weiß. Ich hab noch kein Gefühl für den Markierer. Na, dann beeil dich damit, ein Gefühl zu kriegen. Am besten machst du... Schieß Dennis. Okay. Na toll, das ist wie in den Kriegsfilmen. Die ethnische Minderheit geht immer zuerst drauf. Gary, wenn Tom ein Pazifist ist, ist möglicherweise Einschüchterung nicht die beste Art, ihn zu motivieren. Wollen Sie vielleicht übernehmen, Crandall? Wollen Sie vielleicht verantwortlich sein für vier Leute, die da draußen ihren Mann stehen? Wollen Sie das? Also, ich würde mich freuen. Nein, ich denke nicht. Dad, Dennis, Tom, ihr sichert den Bereich dort drüben und trefft mich wieder um... 030. Nein, 30-0. 0-3. Ach, was soll's um halb vier? Seid wieder hier um halb vier. Wir sollten uns lieber verziehen, ehe wir in einer Welt des Schmerzes vergehen. Dad, hör auf, so zu tun, als wärst du in Vietnam. Du warst niemals da. Alles, was du in den 60ern gemacht hast, war der Zeltaufbau bei Grateful-Dad-Konzerten. Darum kommen Sie mir so bekannt vor. Oh, das ist gut. Echt, dann hauen wir hier mal ab. Tommy, du deckst Dennis von hinten. Oh, jetzt reicht's aber, hört auf. Kommt jetzt, los, raus mit euch. Sichert das Gelände. Und vergiss nicht, alte Mond. Ich hab bemerkt, dass Sie mir keinen Auftrag gegeben haben. Ja, ich hab mir gedacht, es wäre besser, wenn Sie hier bei mir bleiben würden. Können Sie mir meinen Markierer geben? Ich fürchte, das kann ich nicht, Walter. Das werden Sie nicht tun, Gary. Was haben Sie schon davon, wenn Sie auf mich schießen? Sie wären aus dem Spiel und ich hätte mehr Zeit alleine mit meinem Sohn. Ich steh aber nicht zwischen Ihnen und Ihrem Sohn. Ach ja, und wieso kommt er dann zu Ihnen und fragt Umrat? Es ist normal für Teenager, sich jemand anderen als den Eltern anzuvertrauen. Ich verstehe, und was erzählt er Ihnen? Ich fürchte, das ist streng vertraulich. Oh, das war die falsche Antwort. Drücken Sie nicht ab, Gary. Wieso nicht? Sagen Sie mir einen Grund, warum ich nicht abdrücken soll. Weil es aus dieser Entfernung einen großen blauen Fleck geben wird und die Leute in meiner Sauna sehr gemein sind. Los runter, Gary, ducken Sie sich. Ach du meine Güte, die kommt von überall. Schnell, die Waffe, sie ist unsere einzige Hoffnung. Nein, ich vertraue Ihnen nicht. Wenn Sie sich jetzt nicht leisten. Na gut. Ich meine das ernst mit Tom Crandall. Bleiben Sie weg von ihm. Ich bin sein Held. Haben Sie verstanden? Sie verstehen das nicht, oder? Was verstehe ich nicht? Sie sind sein Held. So sehr, dass er Angst davor hat, Sie zu enttäuschen. Wie kommt er darauf? Er könnte mich niemals enttäuschen. Gary, Sie sind ein knallharter athletischer Typ, der in vier Sportarten überzeugt hat. Ganz zu schweigen von Ihrem legendären Testspiel bei den Dodgers. Deshalb schwänzt er den Sportunterricht. Es ist weniger schmerzhaft, es nicht zu versuchen, als zu riskieren, Sie zu enttäuschen. Er könnte mich niemals enttäuschen. Haben Sie ihm das mal gesagt? Manche Dinge muss ein Sohn von seinem Vater hören. Oh, 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 da kommen Sie. Alles klar, alles klar. Kommt rein. Sie haben uns von allen Seiten eingekreist. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Alles klar. Hey, wartet, wo ist mein Dad? Ich habe ihn beim Wachtturm gesehen. Er sagt, dass er den Feind ausräuchern will. Er meint, es würde nur für ihn allein reichen, was immer das bedeuten soll. Alles klar. Blasen wir die ganze Sache ab, ergeben wir uns. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Ergeben? Ich komme da nicht den weiten Weg hier, um mich von sechs Verkäufern von Scooters Autoladen ummieten zu lassen. Tom, wir haben... Wir sehen uns in der Helle. Ja, du hast richtig gehört. Ich habe schon wieder Helle gesagt. Oh, was ist denn in den Gefahren? Wahrscheinlich eine Mischung aus Gangster-Rap, Videospielen und einer ellenlangen Zuckerstange, die er an der Tankstelle eingeatmet hat. Wahrscheinlich. Ja, du hier auffassen! Warum haben Sie das getan, Sie verrückter Hundesohn? Tom braucht seinen Dad. Die Wahrheit ist, er redet von nichts anderem. Wenn wir einen Spaziergang machen, gemeinsam zu der... zu der... zu der... Frau Crandall, bleiben Sie bei mir. Sekunde, mir fällt das Wort nicht ein. Der Punkt ist immer, wenn wir zusammen sind, ist alles, wovon er spricht, wie sehr er zu Ihnen aufblickt. Danke, Walter. Danke. Das ist das Ende für mich. Ja. Ich... ich glaube schon, Crandall. Dann sehen wir uns in der Cafeteria. Ja. Bestellen Sie mir bitte einen Cheeseburger, ja? Ja. Ich bin doch schon tot, verdammt nochmal! Hier ist ein eiskaltes Root-Bier für den siegreichen Krieger. Und eins für Gary. Das ist gut. Ich habe von seinem Mut profitiert. Ich meine, er hat die Flagge erobert. Ich war in seinem Team und das gibt mir das Gefühl, als ob ich die Flagge auch erobert hätte. Also wenn ich dieser Logik folge, müsste ich durch meinen Freund drei NBA-Championship-Ringer besitzen. Warte mal, das ist ein Hinweis. Okay, geboren in Kanada. Drei Championship-Ringer. Oh, du triffst dich mit Rick Fox! Da habe ich wohl zu viel verraten. Du triffst dich wirklich mit Rick Fox? Ich treffe mich mit niemandem. Ich wollte Gary nur ein bisschen ärgern. Vanessa und ein Ex-Laker? Das ist cool. Es sei denn, du bist der Kerl, mit dem sie vorher ausgegangen ist. Wer kann da schon mithalten? Aber Dad, du bist fast selbst ein Profisportler. Ich meine, du hattest ein Testspiel gegen die Dodgers. Ich glaube, ich habe da ein paar Details vergessen zu erzählen. Das Testspiel war eine Einladung von einer Tageszeitung. Die sagten, die ersten 1500 Menschen, die ins Stadion kommen dürfen, mit den Dodgers spielen. Und mein Cousin und ich waren da. Das war's. Mein ganzes Testspiel waren zwei Schläge. Das war dein Dodgers-Abenteuer? Naja, ich habe es im Laufe der Jahre etwas übertrieben. Ich war ein Kerl, der ganz passabel in Highschool-Sportarten war. Das war aber nichts, womit man angeben kann. Darum gebe ich wahrscheinlich immer damit an. Deine Paintball-Geschichte ist viel spannender als meine gesamte Sportkarriere. Meinst du das ehrlich? Ja, hey. Ich lebe jetzt in deinem Schattenkumpel, alles klar? Alles klar, vielen Dank, Dad. Was war mit deinen beiden Schlägen? Weißt du, beim ersten habe ich daneben gehauen, den zweiten, naja, ich habe ihn auf den Leftfielder geschlagen. Wow. Ja, er fing ihn mit der bloßen Hand. Aber hey, immerhin hast du den Ball bis zum Outfield des Stadions geschlagen. Nein, nein, ich sage dir nicht, ich habe den Ball ins Leftfield geschlagen, ich habe ihn zum Leftfielder geschlagen. Der kam gerade von der Spielerbank und hatte seinen Helm gerade gerückt. Der hatte seine Hand ausgestreckt und irgendwie plumpste der Ball in seine bloße Hand. Immerhin hast du den Ball bis zur Spielerbank der Dodgers geknallt. Und wie ich das habe! Das war kurz vorm Ende des Kampfes, als ich einen Kaugummi auswickelte. Das ist gar nichts. Hier, da kam ich gerade aus der Toilette. Das ist die eigene Farbe, oder? Ja. Ich musste raus aus diesem Höllenloch. Ich hasste es, wie es mich verändert hat. Ich habe menschenverachtendes getan, ohne was zu empfinden. Oh, ich fühle mich komisch. Vielleicht haben Sie Hunger. Haben Sie nach dem Frühstückssandwich-Vorfall schon was gegessen? Ja, ich hatte ein paar Brownies, die Jack in seinem Rucksack hatte. Oh Mann. Okay. Macht mal ein bisschen Platz. Gut, kleiner Bruder. Du bist sicher und behütet auf einem Planeten, der dich liebt. Kumbaya, mein Lord, Kumbaya. Kumbaya, mein Lord, Kumbaya. Machen Sie mit. Kumbaya, mein Lord, Kumbaya. Hey, was ist hier los? Oh, Dennis hat doch mein Brownies gegessen. Jemand ist high, my Lord. Kumbaya. Kumbaya ist high, my Lord.